So, weiter geht's mit Part 2 in QB1 Phase of the Franchise und ja, das wird jetzt auch, denke ich mal, so ein Part, wo noch nicht viel passiert, aber ich gucke, wie gesagt, dass ich zwischen 10 und 20 Minuten die Parts halte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich denke mal, im dritten oder vierten Teil geht's dann erst richtig los. Jetzt ist alles so Vorstory, Background und so weiter und so fort. Erster Teil war Charaktererstellung. Ja, schön, dass ihr dabei wart und weiter geht's. Dabei seid, nicht dabei wart. Oh mein Gott. Aha, der Star Quarterback ist out. Eigentlich sollte ich doch die Nummer 1 sein. Hat er mir doch eben gesagt. Scan and throw. We're not sure the new kid could do any of these things. Don't you think that's a little harsh, Snape? Four years ago as a five-star recruit. They had high hopes for this dude. Ah, does not say something right there? Ah, sie erklären es. Jetzt erklären sie, was passiert ist. Coach, you want to see me? Come on. Ich sehe aus wie so ein Sunnyboy. Nur mit braunen Haaren. Na egal. Ah, ich wurde ausgebotet. Ich wurde einfach ausgebotet. If you're the coach, how do you let five-star recruiters to be in the bench for this long? Ah, better question is if you're a young, five-star recruit, why do you stay with a coach that doesn't play? Because he's got something to prove. To who? To that coaching staff, man. I mean, the same group of guys who spent the last four years telling him you're not good enough, he's got to prove it to those guys. Ich muss mal mein Telefon wegmachen, ich werde hier gerade genervt. Sorry, dafür. Das sind Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Na ja, ist ja nur Story bis jetzt. So, jetzt geht's weiter. Hoffe ich mal. Ganz schön viele Cutscenes. Ich könnte auch ein Edianer sein. Egal. Ich finde, das sieht cool aus schon. Achso, gegen wenig Spiele. Ich würde sagen, wir spielen einfach wieder gegen Clemson. So. Ah, jetzt muss ich euch meinen Namen eingeben. Ja. Jetzt mache ich das so wie immer. Und mein Nachname ist Pico. Dann steht auf dem Trikot nämlich Pico. Ja. Das ist mir. Das ist dir? Ja. Ich weiß, wer du bist, aber woher? Ich bin der Körbücher. Was? Ja. Ja. Ich würde sagen, Improviser, Strong-Arc. Ähm, ich bin Feldgeneral. Da hätte ich jetzt eher gesagt, ich bin Improviser. Na egal. Ich bin ein Lieder. Ja. Ja. Ich bin ein Körbücher. Okay. Ah, viele Garzins, ja, ja. Ja, ein bisschen können wir noch. Zu kurz muss das Video ja auch nicht sein. Und wir wollen ja auch mal endlich anfangen. Sorry, ich bin auch immer ein bisschen erkältet irgendwie. Im Sommer. Und deswegen, wenn ich mich räusper, tut mir leid. Okay, was jetzt? Training. Guck dich nicht so verliebt an. Ja. Lopes zu X. Ötze frei ist. Ein Touch-Piss, okay. Habe ich. Bullet-Piss. Okay, Pump-Fake. Okay, High-Piss. Geschafft. Geschafft. Ach so. Ich soll L, nicht L1. Lesen, ne? Jetzt kommt das. Ernsthaft? Komm schon. Okay, rechts. Ich soll den Ball wegwerfen. Ich bin ein Idiot. Ich muss auch mal lesen. Man, man, man. Sowas benutze ich die ganze Zeit im Spiel. Und ich weiß nicht, wie man es macht. Weil ich nicht lese. Also, wenn ich Ultimate Team spiele oder Wex, dann die ganze Zeit mache ich solche Sachen. Und jetzt muss ich echt volle Kanne mich konzentrieren, was ich tun soll. Total bescheuert ist das, ey. So können wir jetzt mal gleich unser Halbfinale spielen. Ach, ich soll nix machen. Auf jeden Fall stimme ich ihm zu. Also, ich werde auf jeden Fall das zerstören. Und ich hier nur so ein bisschen den Ball immer abgeben und der Defense den Ball geben, dann. Der Wahnsinnig, ey. So, kommt es jetzt zu den Semifinals endlich. Mann, 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 Mann. Geht doch. AT&T Stadium. Ach, Ette. Ja, die Hafer bestimmt dann schon doch ein bisschen. Also, ich quatsche extra nicht so viel. Wenn da solche Cutteams sind. Ein bisschen, aber nicht. Nicht übertreiben mit dem Quatschen. Wir wollen ja auch was davon da mitbekommen. So, Semifinals. Spiel ich alles? Spiel ich alles? Okay. Was habe ich? Pistol und Gun. Okay. Wir nehmen jetzt einfach irgendeinen. Ich muss mich erst mal damit, äh, okay, ich habe nur Pistol und, und das. Okay, dann nennen wir das PA-Halfback-Wheel. Streets ist der, den ich anwerfen soll, wa? Also, Streets ist hier der Kollege, der beste Receiver, wa? Alter. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Wie kann man so schlecht sein? Wir spielen aus. Natürlich gehen wir dafür. Mal einen Lauf. Aber sie sind gut in der Verteidigung, Alter. Besser als gedacht, ja. Hab gedacht, das bitte. Lalalala. Ah, du hast dich nur in der Verteidigung, hein? Also, jetzt habe ich mir immer Spiele im vorhin getrunken. Aber ich sehe den T-Hof. Du, dein T-Hof, dein T-Hof! Ich weiß nicht, irgendwie läuft der Scheiße und wirft auch Scheiße. Mein Running Back ist mein bester Receiver. So, machen wir die Slams. Wir versuchen keine. Bäm, Touchdown. So geht das. Rinder. Ach, die finde ich muss ich auch spielen? Kann man nicht? Ne, kann man nicht. Ich habe gedacht man kann dann nur die Moments spielen. Okay, dann spielen wir auch die Diefen. Oder muss ich die Diefen spielen? Ah, guck mal hier. Komm, die spielen die Diefen. Die Diefen spielen die Diefen. Okay. Ah, ich wollte ihn interessieren. Schade. So, für die Stauern. So. Sehr schön aus dem Team. Also der Spielzug hier gefällt mir bis jetzt am besten. Das ist so. Der Pierre Huffick hier. Der Pierre Huffick hier. Das ist so. Nein. Was? Er hat den doch schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war so nice ey. Und dann. Oh mein. Ja. Ich will den Touchdown werfen. früher meine Steps hoch machen. Nein. Ich bin echt gut. Zwei Interceptions. Oh mein Gott ey. Typisch Pico. Das war so ein typisch Pico Ding. Oh mein Gott. Das Spiel geht aber lange ey. Ich glaube ich spiele durch Schutblock. Das wird ja richtig langweilig sonst. Jaaa. Incomplete. Perfekt. So jetzt nochmal bitte ohne Interception. Idiot ey. Ich habe gedacht ich komme links an dem vorbei. Oh mein mein Gott. Ey die halten die Bälle nicht fest. Das war perfekter Playmaker. Ohne Scheiß. Ey. 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 So, könnte ich jetzt bitte, wir machen jetzt einen vernünftigen Drive ohne Weitereißung. Ich komm, es wird keiner frei, es wird keiner frei. Mann, 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 das Video wird schon wieder länger. Na, endlich mal ein vernünftiger Drive-Fiz hier. Was haben wir denn mit dem Pistol? Ich kann, ich, ich treff den nicht. Das ist unglaublich. Der war frei, er trifft ihn nicht. Aber wenn ich so spielen würde im Ultimate Team, würde ich nichts sehen. Unglaublich. So, jetzt muss ich mich aber anstrengen, jetzt müsste ich mich aber anstrengen. Ach du Scheiß, ich hab den Tackle verballert. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So viele Mal den Ball gehabt und drei Interceptions geworfen. Aber ich glaube, ich mach das jetzt so, dass ich die Defense simuliere. Also wenn ich jetzt einen Touchdown mache. Sie haben einen Schmerz auf den Schmerz auf den Schmerz auf den Schmerz. Der Schmerz war ein bisschen zu lang. Und er wird das über 25. Ein paar extra Yards auf den 27-Yard Line. Der Schmerz auf den 27-Yard Line. Alter, wie wirft der? Oh mein Gott. Ich bin der schlechteste Quarterback der Welt. Endlich hat er mal was auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, ich. Ey, der wirft. Ey, heftig. Was er wirft, ist nicht normal. Sorry, aber ey, der wirft Sachen. Ich muss jetzt kürzere Pässe werfen. Ey, der wirft. Ich kann mit dem nicht spielen. Mein Gott. Endlich mal ein Pass angekommen. Ich spiele jetzt nur noch Slamp. Innenschutz. Endlich mal ein bisschen. Endlich mal ein solches. Beginnen mal einšiel Tor. Ja, der wirft uns in den nächsten Mal runter. Ich spiel das mal mal hin. Los. Du kennst es mal die wieder. Ich spiel das nicht mal hin. Und das einfach alles, was Endlich, jetzt haben wir es. Ich denke, wir werden jetzt die Fans einfach simulieren. Das Video dauert ja sonst ewig. So, und jetzt möchte ich mir jump to next play. Das war, jetzt war ich ja trotzdem dran. Oh, das war das Dumme. So, ich wollte eigentlich nur das Change of Position machen. Ach komm. Ey, das soll der beste Receiver sein. Der hat bis jetzt immer nur getippte Pässe gehabt, ey. Ohne Scheiß. Nichts kann der. Also, wir machen die Fans jetzt immer überspringen. Ich will, dass er immer heute fertig gefahren wird. Wow, er hat ihn gefangen. But he doesn't have the game reps, but he definitely knows the plays. He's running for four years, totally familiar with his offense, and now he's executing. That'll wind up again in 27 on the catch and run. Again, the underlying story here, no snaps in four years. It seems kind of hard to believe. You almost wonder if there's some type of lingering animosity between quarterback and coach. Tja. Jetzt hab ich's raus, wie die frei werden. Total simpel eigentlich, aber naja. Ich will laufen, ich will laufen. Ich will laufen, verdammte Scheiße, nochmal. Da sind meine eigenen Leute im Weg. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Man, 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 man. Oh, man, man, man. Ich finde, ich finde, ich fängt besser als der Isaiah Streeps. Oder Streets. Wie heißt der? Streets. Boah, ey, wie mein Quarterback wirft. Der ist so schlecht, ey. Boah, ey. Alles in Equipment steckt mir sobald ich kann. Boah, ist der schlecht. Er ist wirklich schlecht. Ich kann nur kurze Sachen machen. Mann, ey, das war der beste Catch, den er im ganzen Spiel gemacht hat. So, nach dem Spiel machen wir auf jeden Fall einen Cut im Video. Und dann geht es im nächsten Teil, weil das wird jetzt ein langes Video. Dadurch, dass das Spiel, ich möchte erstmal da reinfinden, ist so, wo laufe ich denn her. Aber es hat dann am Ende doch Spaß gemacht, auch wenn ich der Obertrottel bin, ey. So, jump forward. Change of position. Wir könnten eigentlich auch bei den Pistols die Slams machen, oder? Kann ich dir nicht die Sachen werfen wie ein Ultimate Team oder so, das geht nicht. Die fangen einfach nicht. Ja. Go, ihr stören über die Zinkriege. Ja. Traum ein Das sól. wir laufen da wird noch ein bisschen mit der alten vielleicht passen aber ich meine wir lassen die wohl laufen vielleicht sei es schief sein wow er hat einen Ball gefangen Wir probieren mal sowas. Den hätte ich als Typs eigentlich fangen müssen. Alter, ey. Damit sind wir im Finale. Und jetzt mache ich auch bis Ende des Spiels, Jump Forward, damit das nicht mehr so lange dauert. Und dann haben wir das geschafft und sind im Finale, trotz drei Interceptions. Ich war so schlecht, ey. Also ich hoffe, ihr habt da nichts gegen, aber das bringt ja nichts die ganze Zeit. Das ganze Spiel zu spielen, das dauert ja dann ewig. So, wir gucken uns jetzt die Cutscene noch an. Und dann machen wir das Video zu Ende. Und dann, ja, dann hoffen wir im nächsten Teil, dass wir dann mal das Finale gewinnen und dann geht es zum Draft, glaube ich. Obwohl, die Combined kommt noch dazwischen. Aber das war cool. Trophäe erhalten. Going to the Nationals. Cool. So, gut. Ich bin raus. Ich bin raus. Wir sehen uns dann im nächsten Teil und das wird das Finale sein. Bis dahin. Danke, dass ihr da wart. Guckt bei mir auch auf Twitch picolas.tv vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschau.